Ich spiele trotzdem nicht mit Ihnen. Ich schon. Wirklich? Sie scheinen gar nicht der Spielertyp zu sein. Wirklich? Vielen Dank. 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 200, guck mal hier mal. 74. ... ... ... ... ... Aber da kann man auch gar nichts davon machen. Drei, ne? Macht ihr einen Tick mehr Schaden? Drei. Na, wir erforschen D. Ja. KOMP Drei, ne? Drei, ne? Vanadium. Vanadium, ok, kriegt man hier als Händler Vanadium. Gut, dann kann man es noch nicht ausprobieren. Die Vitcon-Kanäle sind bereit, Pathfinder. Commander? Pathfinder, Jarl hat mich über ihre Abenteuer auf dem Laufenden gehalten. Über die guten Taten, die Sie für uns vollbracht haben. Das habe ich gerne getan. Ich will Ihnen beweisen, dass Sie mir vertrauen können. Sie haben keine Mühen gescheut, um dieses Wissenschaftsteam zu befreien. Das war eine selbstlose Tat. Aber Ihr wahres Ziel ist klar. Sie wollen in Ayers Gewölbe. Jarl sagt, Sie möchten uns helfen, die Moschei zu finden. Warum sollte ich das zulassen? Ich möchte, dass dies der Beginn einer erfolgreichen, vertrauensvollen Beziehung ist. Halten Sie Ihre Versprechen, dann könnten die Bande zwischen uns möglicherweise nach und nach stärker werden. Es ist uns gelungen, die Moschei aufzuspüren. Sie ist in einer speziellen CAT-Einrichtung auf Bohut. Speziell? Inwiefern? Diese Einrichtungen werden von einer dynamischen Still-Tech geschützt, die wir bislang noch nicht knappen konnten. Wir stehen kurz davor, aber unsere Prozessoren sind nicht schnell genug, um mit ihrer Fähigkeit zur Anpassung mitzuhalten. Pathfinder, wir könnten meinen Prozessor zu Ihrem Programm hinzufügen. Das würde zweifellos einen erheblichen Unterschied machen. Ich kann Ihnen helfen, Efra. Und bei allem Respekt. Dieses Mal brauchen Sie meine Hilfe. Bei allem Respekt. Die Angara brauchen überhaupt nichts von Ihnen. Wir kommen hervorragend alleine klar. Ich kann nicht garantieren, dass Sie den Schild ohne die Rechenleistung meiner KI durchbrechen können. Ihrer KI? Natürlich. Das ergibt Sinn. Sie ist körperlich mit mir verbunden, also muss ich... Na schön. Möchte ich mitkommen. Es war ein Risiko, mir gegenüber hinsichtlich Ihrer KI aufrichtig zu sein. Und diese Aufrichtigkeit unterscheidet Sie von den Kett. Das hoffe ich doch. Sie dürfen an der Mission teilnehmen. Ich danke Ihnen. Ein Team wird sich mit Ihnen bei unserem Stützpunkt auf Bohut treffen und Sie zu der Kette-Einrichtung bringen. Ich wünsche Ihnen Stärke und Erfolg. Tja, warum nicht gleich so, ne? So, müssen wir jetzt den Widerstand jetzt zuerst machen. Oh schon. Oder... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Gut. Also, dahin. Untertitelung des ZDF, 2020 Gut. Untertitelung des ZDF, 2020 So, wir haben doch die Ausrüstung da. Wieso kann ich den nicht anlegen? Hmm. Hmm. So, wir haben doch die Ausrüstung. Beginne mit dem Anflug. Okay, packt zusammen, Leute. Ich bleibe auf meinem schönen, warmen Schiff. Bringen Sie uns runter, Callow. Wir hatten diesen Planeten Habitat 6 getauft. Den ursprünglichen Scans zufolge hatte er eine atembare, stickstoffreiche Atmosphäre und Meere voller Wasser. Ich schätze mal, das ist nicht länger der Fall. Jegliches H2O auf Habitat 6, das die Angare als Volt bezeichnen, ist Eis. Und die Meere sind komplett zugefroren. So viel zu meinem Traum von einem Haus am Strand. Das ist ein ziemlich heftiger Schneesturm. LZ ist auf der Windseite des Berges. Bedingungen schlecht. Ich registriere Orkanböen. Ich schätze mal, das ist ein ganzes Schiff, das ist ein ganzes Schiff, das ist ein ganzes Schiff. Alles okay! Alles okay! Sind Sie sicher? Sollen wir vielleicht aussteigen und schieben? Sehr witzig, Ryder. So wie hat er recht, was die Kälte angeht? Verdammt, ist der Laden gut versteckt. Wo treffen wir das Team vom Widerstand? Ich hab Ihnen den Nachpunkt geschickt. Vier Glück-Pathfinder. Strahle! Ich muss mich ein wenig aufwärmen. Diese Kälte geht einem bis auf die Knochen. Wir sind fast da. Nach unserer Ankunft müssen wir mit Commander Andy treten. Temperaturen liegen im Normalbereich, Pathfinder. Lebenserhaltung wieder hergesteckt. Ich registriere einen erheblichen Temperatursturz. Es hat sich herumgesprochen, dass Sie in Ordnung sind. Ich werde das für mich selbst entscheiden. Sind Sie der Pathfinder, der von dem EFTA gesprochen hat? Ja, bin ich. Wir sind das Team, das mit Ihnen die Einrichtung angreifen soll. Um hoffentlich die Moschheit zu retten. Ich bin Ihr Pilot. Die Ketteinrichtung ist auf der anderen Seite des Planeten. Können wir aufbrechen? Verlieren wir keine Zeit. Sie können mich im Shuttle über alles informieren. Okay. Alle einsteigen. Die Ketteinrichtung ist auf der anderen Seite des Planeten. Also, niemand hat je einen dieser Orte von innen gesehen. Wirklich? Niemand, der davon erzählen könnte. Kein Gefangener, der hineingebracht wurde, ist wieder zurückgekehrt. Sie sind die Verschwundenen. Das ist ja schrecklich. Niemand ist je entkommen. Wir haben schon Arbeitslager der Kette befreit, aber noch nie eine dieser Einrichtungen. Natürlich haben wir es versucht, aber es hat uns viele Kämpfer gekostet. Der Preis war zu hoch. Ich stelle mir gern vor, dass die Kette wichtige Angare von hier in ihren Heimatcluster bringen. Wie bitte? Als Sklaven? Ja, vermutlich. Der Tod ist besser. Ein Leben ohne Freiheit ist einfach nur sinnlos. Was ihr Volk durchmachen muss, ist die Hölle. Deshalb sind wir glücklich, Teil dieser Mission zu sein. Wir sind da. Lasst uns die Sache schnell durchziehen. Der Sturm wird immer schlimmer. Sobald wir durch den Schild sind, gehen Sie voran. Wir suchen Moschai Sephar. Und wir sollten alle vorsichtig sein, okay? Aber Pathfinder, niemand schließt sich dem Widerstand an, um vorsichtig zu sein. Viel Glück. Funken Sie mich an, wenn Sie abholbereit sind. Wissen wir überhaupt, was genau uns erwartet? Keine Ahnung. Bleiben Sie in der Nähe und erregen Sie keine Aufmerksamkeit, solange es sich vermeiden lässt. Sie werden nicht damit rechnen, dass wir diesen Schild deaktivieren. Das könnte uns einen Vorteil verschaffen. Unseren Informationen zufolge gibt es einen Systemknoten, den wir hacken können. Er ist an einem Interface-Punkt irgendwo in der Nähe. Skelf ist unsere beste Cat-Hackerin. Angaranisches Schild-Deaktivierungsprogramm ausführen. Verstanden. Ich aktiviere meinen Prozessbeschleuniger. Bitte warten. Bitte warten. Bring mich vor unseren neuen Freunden bitte nicht in Verlegenheit. Ich habe eine kleine Lücke im Schild erzeugt. Ja, es hat funktioniert. Wir sollten erst feiern, wenn wir wieder draußen sind. Sehr richtig. Also Team, Konzentration. Cat-Kreaturen nähern sich. Die mag ich am liebsten. Sam, wenn wir aufbrechen, will ich alles über diesen Ort wissen. Verstanden, Pathfinder. Okay, gehen wir. Owen, Skelf, mir nach. Werbung ... Wir teilen. Oh, siehst du das auch, Hecht? Ja, unfassbar. Ich kann nicht glauben, dass ich hier bin. Ich wette, das geht diesen Kerl genauso. Weiterhin, Druck machen. Owen, links! Ich kann kaum erwarten, meinen Brüdern hiervon zu erzählen. Sie werden so stolz auf uns sein. Ich habe diese Orte so oft von außen angestarrt. Unglaublich, dass wir reingekommen sind. Die Sachen unserer Leute sind hier verlassen. Von den Gefahren? Haben wir Zeit um? Können wir uns einfach umsehen? Hey, Sessik! Such nach einer Camp-Konsole! Hält uns einen Weg ins Herz dieses Ortes! Mach' ich! Nicht, nicht, nicht. Das war... Okay, sammeln! Ich fürchte, spätestens jetzt wissen Sie, dass wir hier sind. Sie haben die größte Chance, Moschai Seffa zu finden. Wir greifen frontal an und sorgen für Ablenkung. Guter Plan. Das wird lustig. Das ist der Haupteingang. Wir gehen da lang. Und treten die Vordertür ein. Halten Sie Funkkontakt. Und viel Glück. Können Sie genug Unruhe stiften, um die Kett von uns abzulenken? Auf jeden Fall. Pathfinder. Das Programm, mit dem ich den Schild... ...besprochen habe, könnte Ihnen offenbar auch überladen und diese Einrichtung zerstören. Der Impuls hätte allerdings tödliche Auswirkungen auf die angaranische Physiologie. Das ist nicht gerade ideal. Solange es noch andere Optionen gibt, sollten... Wow, Sam, was ist das? Ein Dekontaminationsprotokoll. Die Kammer wird sich erst öffnen, wenn es abgeschlossen ist. Wir sind also gefangen. Ich hasse das. Wird vermerkt. Können wir das Fenster einschlagen? Nein, die Versiegelung ist undurchdringlich. Wofür brauchen die eine Dekontamination? Gute Frage. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es überhaupt wissen will. Ich tippe auf Keimphobie. Pathfinder, bitte kommen. Wie sieht's aus? Wir wurden noch nicht entdeckt. Aber wir können von unserem Versteck aus einige unserer Leute sehen. Wir sind offenbar in einem Bereich nur für Cat. Noch keine Spur von der Moschai. Verstanden. Wir beraten gerade über unseren nächsten Schritt. Wir melden uns wieder. Nein, das war nicht. Aber wie vielleicht auch nicht davon ist, das war noch nicht. Wo sind wir? Was Maria und Mann? Oh, oh, oh.